Heute habe ich eine Verlosung am Start, nämlich will ich eine Packung Weizenmehl verlosen. Hey, was ist das für ein dreckiger Bastard? Nein, nein, nein! Wenn ihr Bock auf Bad Wars habt, lasst es mich doch einfach wissen mit einem netten Kommentar. Hey Leute und damit willkommen zu einer neuen Folge Quick Survival Games und heute habe ich eine Verlosung am Start, nämlich will ich eine Packung Weizenmehl verlosen. Wie ihr gewinnen könnt, ist eigentlich easy. Schreibt mir einfach in den Kommentaren einen kreativen Text, warum ihr gewinnen wollt und vielleicht könntet ihr auch ihr mit ein wenig Glück gewinnen. Meine Mutter ist gerade im Nebenzimmer, kommt ständig rein, sagt zu mir, hey Toni, halt mal deine Fresse. Mittlerweile habe ich wirklich gar keinen Bock mehr auf Minecraft, beziehungsweise auf Minecraft QSG. Oh, wir sind gerade richtig gut equipped. Ja, vielleicht kann die Runde noch was werden. Hey, wenn wir diese Runde gewinnen, ich schwöre es euch, Leute, wir fahren übermorgen ins Legoland. Hey, was ist das für ein dreckiger Bastard? Nein, 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 nein. Wenn ihr Bock auf Bad Wars habt, lasst es mich doch einfach wissen mit einem netten Kommentar. Ich zerstöre jetzt einfach mal das Bett von Pink. Also Bad Wars ist eigentlich schon ein cooler Spielmodus. Halt, das, was ich nicht so an Bad Wars mag, ist einfach, ich weiß es nicht. Und, und, nice, 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 wo ist das Bett, wo ist das Bett? Ja, warte, und, den schubse ich jetzt runter. Da haben wir ihn, nice, fuck doch nicht. Ja, geil. Bad Wars macht ja doch richtig Spaß. Wir gehen jetzt in die Mitte, safen ein bisschen Gold, gehen wieder zurück und schalten das ganze Team aus. Also die ganzen Teams. Okay, ich habe jetzt auch voll viel Gold am Start. Nice, der ist runtergefallen. Die Runde ist einfach so schlimm, ich muss mich so extrem konzentrieren. Ich mache mir noch ein bisschen Blöcke, ein paar Heilungstränke und vielleicht noch eine Spitzhacke. Hä, Team Rot lebt noch, das ist gut, denn ich könnte mich eigentlich eventuell rüberbauen. Ja, das machen wir. Nice. Bett zerstören. Und damit haben wir gewonnen. Noch nicht? Ja, nice.